Das erste Gebäude liegt gleich hinter dem Kamm. Danke, Dimitri. Wir geben per Funk Bescheid. Gut, du weißt, was der KGB mit Doppelagenten macht. Wenn Sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando fast wert. Ich habe nur für eine Stunde Treibstoff. Also danach braucht ihr ein anderes Taxi. Dann mal los, Mason! Und damit willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops Cold War, Freunde. Die Rotorblätter des Helikopters sind noch dabei zu rotieren. Und nach etwas längerer Pause wegen Enlisted und natürlich auch Battlefield-Videos sind wir jetzt wieder hier am Start. Ich weiß nicht mehr 100%, was wir alles gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir eine Art Mini-Verschwörung aufgedeckt haben und unsere eigenen Leute teilweise involviert sind. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie herausfinden, was hier eigentlich los ist. Und dementsprechend müssen wir wahrscheinlich dann auch irgendwann die Welt retten, wie das halt immer so ist in so Spielen, ne? Und ich würde sagen, was haben wir denn hier eigentlich? Kann man hier so ein bisschen runtergucken? Jetzt kommt wieder dieses Open-World-Feeling in mir durch, ja? Dass ich das hier alles so ein bisschen erkunden will. Die Texturen. Aber gut, ich würde sagen, wir folgen mal unserem Mann. Lass dich nicht durch den Gestank von billigem Wodka und Kaviar täuschen. Major Dimitri Velikov ist einer von den Guten. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Verdammt, er hat die Hälfte selbst vergraben. Okay. Auf jeden Fall wieder eine von diesen Sniper-Missionen. Man kennt sie aus Modern Warfare damals. In Tschernobyl. Oder Tschernobyl. Oha, was war das jetzt gerade? Das ging aber schnell. Hätten die Animation auf jeden Fall noch einen Ticken langsamer machen können. Ducken einmal. Achtung, Aufklärer auf dem Kamm. Wir sollten sie ausschalten, bevor wir uns weiter nähern. Jaja, du rechts, ich links. Guter Schuss. Nicht schlecht. Weiter jetzt. Der braucht zwei. Dreh ich mal nachladen hier. Du nimmst den einen Flachmüchser, ich den anderen. Lassen wir es krachen? Gefällt mir. Wäre schön, wenn du den auch mal an... Junge. Das sagt Herr Richtiger. Wieso hat er denn nicht geschossen? Scheiße, sieht brisant aus. Oder wollte der sich anschleichen, Andi? Das kann natürlich sein. Du gehst zuerst. Okay, ich geh zuerst. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken, so ein bisschen. Okay. Zeit dem Ivan, ein Besuch abzustatten. Battlefield Musik. Bis am Start. Hauptsache ich durfte nicht mal schießen gerade. Hupf. Naja, okay, in das Spiel. Bisschen hakelig hier mit der Steuerung. Was soll das denn? Oh, die Mission kennt man doch, oder nicht? In Black Ops, als die da so reingereinen durch die Fenster. Diese Szene aus dem älteren Teil. Sie haben Scharfschützen. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Unten bleiben, außer Sicht. Ja, ja, mach ich ja. Ähm, aber das ist ja nochmal eine Neuauflage, deswegen... ...ist das hier wahrscheinlich nochmal was anderes. Also eine andere Mission in dem Sinne. Darf ich die denn ausschalten? Von oben nach unten dürften die ja eigentlich nichts merken, ne? Ja, die schalten wir alle auf jeden Fall aus. Okay, jetzt haben wir alle. Okay. Ich kann tatsächlich nicht schießen, während ich an der Seilrutsche hänge. Das ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Ich glaube, das war es. Verdammt. Sieh dir diesen Ort an. Pfeift er erstmal. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream, den wir haben werden, Freunde. Auf Twitch scheint jetzt alles zu funktionieren. Nach mehreren Tests. Hoffentlich. Ich glaube, Sie wollen den Hauptrechner mit einem Kran werden. Wenn wir den Kran finden, finden wir den Haus nicht. Scheint so, als hätte Hudson ihr Spaß gehabt. Das sieht er wohl anders. Okay, was geht ab? Was sind das für Nummern auf einmal gewesen? So Flashback-mäßig oder was? Wir haben auf jeden Fall einen Beweis gefunden. Das ist schon mal geil. Das können wir nämlich gebrauchen. Ich würde gerne mal bei der AK bleiben. Die habe ich jetzt bisher noch nicht so viel gespielt. Mit einer der coolsten Waffen in Call of Duty Modern Warfare, ganz normal. Und AKU natürlich auch. Geht's hier noch weiter? Warte mal, hier ist noch was im Schrank. Oh, ne, hier ist Munition. Okay, hier sehe ich nicht so viel. Kann man hier noch irgendwas finden? Sieht nicht so aus. Munitionen besorgt haben wir schon. Ich sehe genauso wenig wie ihr, Freunde. Keine Sorge. Okay, ich soll vorgehen. Ei, ei, ei. Sollen wir mal ein bisschen springen? Damit das auch wirklich abstürzt? Oh Mann, ey. Das sieht schon so aus, als würden wir hier gleich nochmal kämpfen. Rauche Deckung! Granate! Achtung! Granate! Ja, von wo? Ich sehe den da oben nicht. Da hinten ist der. Okay. Ein bisschen Highground haben, ist natürlich nicht verkehrt. Oh mein Gott, das war knapp. Den hab ich gar nicht gesehen. Hart. Erstmal ein bisschen Munition wiederholen. Die RPD. Nee. Schade, dass die Russen keine PPSH mehr haben. Wundert mich so ein bisschen. Das ist der Endzeit-Bunker. Wir ernähren uns dem Hauptrechnerraum. Wir angeln uns am Kabel lang. Die Russen auf dem Helipad werden ein Problem sein, dass sie nicht so gut ausscheiden. Ich bin letztes Mal zuerst los. Warum sollten wir das jetzt ändern? Die Texturen sind einfach so verschwommen. Sieht euch das mal rein. Ah. Das ist nicht so viel Schuss. Aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich eh wieder aufs Maul. Ah, jetzt kann ich schießen dabei. Okay. Oder auch nicht. Oh. Da ist einfach die AK weggeflogen. Shit, jetzt haben wir wieder nur eine Sniper. Oder? Haben wir überhaupt eine Waffe? Haben wir nichts? Kampfmesser haben wir. Okay. Ich habe eine verdammte Waffe verloren. Nächstes Mal gehst du vor. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich weiter. Dann wollen wir mal. Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Was? Ja, natürlich ist der Funk unterbrochen bei dem Bunker hier. Er ist doch klein, Mann. Okay. Hier ist doch mit Sicherheit gleich irgendwo einer, den wir dann mit dem Messer erwischen müssen. Da gibt es doch mit Sicherheit irgend so eine Nahkampftaste. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, Nahkampf ist einfach jetzt mit... Oh, okay. Okay, okay. Leise öffnen. Tun wir hier. Leise, leise, leise. Verdammt, ist das kalt. Jetzt auf einmal ist hier kalt. Gerade eben war der die ganze Zeit nicht kalt. Boah, der ist einfach eingefroren, Alter. What the fuck? Der auch? Erinnert so ein bisschen an Crisis von dem ersten Teil. Jetzt auf einmal alle eingefroren waren. Heftig, Alter. Was ist denn hier passiert, Mann? Ich mach mal einmal ganz kurz einen Ticken heller. Ich glaub, ich hab das letztes Mal schon versucht und es war auf einmal schon ganz hell, richtig? Ja, Helligkeit ist schon auf Maximum. Ach, Mann. Wie soll ich die denn jetzt besiegen? Warte, ich hab ne Idee. Jetzt hab ich das Messer... Immer noch. Ich seh ihn nicht. Ich hab hier überhaupt keine Sicht auf die Leute. Ich hol's einfach mal rein. Ey, wo? Ach, da. Okay. Ich seh ihn halt absolut nicht. Ist immer noch verschlossen. Okay. Hat nicht einer von denen irgendwie... Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Man kann auch kein Licht irgendwie anmachen, oder? Hier muss auch irgendwo ein Schlüssel sein dafür. Das triggert mich jetzt gerade hart. Dass man noch irgendwie mit Sicherheit aufbekommt, den Kram. Oder kann man da nicht vielleicht sogar einfach gegenschießen? Nee. Hm. Moment, der hatte doch ne Hauer. Geht auch nicht. Okay. Hier schien auch nichts gewesen zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Und noch ein Reflexbogen. Wie geil ist das? Gibt's ja jetzt auch bei Apex durch das neue Update. Richtig verrückt. Aber mit dem Ding in Apex zu treffen, wo das Movement so krass ist, stelle ich mir ehrlich gesagt etwas schwierig vor. Aber es gibt mit Sicherheit diese ganzen Freaks und Profis da draußen, die das easy machen werden. Aber wenn ich schon die Wahl habe, dann nehme ich die AKU. Vor allem, wenn die so ein Rundellen-Magazin hat. Das ist ja krass, ey. Kommen wir hier was? Nee, hier kommen wir nicht weiter. Das war ein Header. Der auch. Ach. Ach. Okay. Nein. Sag ruhig. Du musst in der Nähe sein. Hier muss es doch irgendwo was geben. Womit man hier diese Dinge aufmachen kann. Was haben wir denn hier? Schlüssel. Nice. Dann gehen wir nochmal zurück. Das will ich ja jetzt, äh... Moment. Von wo sind wir denn gekommen? Von da hinten, naja. Yeah, yeah. Sehr schön. Jetzt können wir mal gucken, was da drin ist, auf jeden Fall. Aber heftig, dass man so weit nach vorne muss. Den anderen habe ich schon wieder nicht gesehen. Ich seh halt die Leute einfach nie. Schalte in Echos oder Echos eines Kalten Krieges was? Das habe ich jetzt schon wieder nicht alles lesen können. Egal, Erlöser. Nehmen wir die mal. Was haben wir hier sonst noch? Ich dachte, hier wäre jetzt vielleicht noch irgendwie Beweismaterial. Aber gut. Okay, wir haben jetzt einen Revolver gefunden. Was auch immer, der uns jetzt bringt. Ich weiß nicht mal... Also wenn er jetzt Gegner one-shottet, wäre natürlich geil. Jetzt kommen nochmal neue. Okay. Krass, der war echt one-shot. Oh, wir haben sogar gar nicht mal so wenig Munition für den Revolver. Nicht schlecht. So, hier haben wir den Schlüssel gefunden. Mehr sehe ich jetzt hier nicht, was man machen kann. Ist ein bisschen dunkel, wie gesagt. Hier geht es scheinbar auch nicht weiter. Dann gehen wir hier lang, zurück, wo wir die alle ausgeschaltet haben. Okay, okay, okay. So, hier noch die AK. Was hatte der? Körper tragen. Achso. Wollen wir nicht. Jetzt gehen wir einmal hoch. Wir bleiben mal geduckt. Wir haben zwar keinen Schalldämpfer, aber... Ja, müssen wir machen. Hier drüben. Oh, nice. Vielen Dank. Bei keinem Lärm ist es ein Wunder, dass uns noch nicht die ganze Sowjetunion am Hintern hängt. Du warst fleißig. Dafür werde ich bezahlt. Hier drin, Chief. Suche nach was zum Heben. Siehst du irgendwelche Ausgrabungsstätten? Auf jeden Fall tragen die da gerade was. Wenn ich diese Karte richtig lese, musst du ein paar Grad zu deiner linken schwenken. Weiter nördlich. Weiter nördlich. Ich bin doch hier nördlich. Das ist doch ein Kran. Wenn du mich fragst, sind sie nicht nur wegen des Hauptrechners hier. Steiner hat an allem möglichen verrückten Scheiß gearbeitet. Diese Nova 6 Sache war nur die Spitze des Eisbergs. Die packen zusammen und bereiten sich auf die Abreise vor. Ja, und jetzt? Okay. Was ist das? Der Kran passt zu der auf dieser Karte markierten Ausgrabungsstätte. Okay. Der Kran im Westen der Basis. Mach deine Wände bereit. Das muss es sein. Bitte was? Meine Wände? Sorry, kann ich nicht verstehen. Oh. natürlich kämpfen wieder gegen die armee wie ich bin an deckung shit und er nicht noch eine granate das ist doch ein feind aber ich war mir nicht sicher hinter die deckung hier aber es ist aber auch schade man kann das alles nicht kaputt machen ich habe gedacht man kann darauf schießen und dann fällt das auf die drauf aber nicht mal das geht kommen noch keiner erzählen schlecht mit Okay. Richtige Heid der Ringe Musik hier. Geil. Einmal gerade hier hoch, dann können wir ein bisschen besser den noch mitnehmen. Heftig, wie viele einfach da rumlungern wieder. Echt schon wieder so eine ganze Armee. Wo ist das denn überhaupt? Da oben ist das. Okay. Ach, dafür brauchen wir die Rauchgranaten. Okay. Heid der Unterweg. Feinde an der Seilrutsche. Okay, die haben wir. Da fällt man wahrscheinlich dann runter. Ich habe leider keine Granate für den da oben. Okay. Action können sie. Sehr schön. Was machst du? Du guckst dir das nicht mal an. Du guckst in die andere Richtung. Was ist da los? Das war auf jeden Fall gerade, naja. Etwas schlecht gemacht, muss man schon sagen. Mit dem Rutschen. Ich meine, das ist ja... Schon so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber... Ich meine, wie viele Call of Duty-Teile gibt es mittlerweile, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, ordentliche Animationen da reinzubekommen. Also das mit dem Rutschen ging irgendwie viel zu schnell und zu hackelig irgendwie. Ich meine, ansonsten ist es ja eigentlich ganz cool, muss man ja schon sagen. Äh... Okay. Eigentlich müssen wir ja erst die ganzen Leute mal ausschalten, bevor wir jetzt hier... Und wie doch... Aber ich suche die ganze Leute mal anhört, ihr könnt einfach auch reinfahren werden. K Gib mir die kleine Gelände und nach dem Rutschen! feed-Teile die upt... нул die Beine und nach dem Rutschen. Fucking Teile los, ich sagst doch doch jetzt! Scheiße! Vorsicht da oben! Das Gewicht ist höchstwidersten Sting. Mach schneller, Velikov! Festhalten! Ei, 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 ei. Ui, yo! Richtiges Karussell hier, ei, 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 ei. Wir sind in Sicherheit, Dimitri. Bring uns heim! Nice! Katzen? Wir haben den Hauptrechner analysiert, den Mason und Woods von Yamantau geholt haben. Und? Perseus suchte nach den Namen der Schläferagenten, die Dragovic 68 eingesetzt hat. Geben Sie sie durch. Wir schicken Adlers Team, um sie ausfindig zu machen. Perseus hat sie gelischt. Verdammt! Es gibt nur noch einen Ort, wo sie diese Informationen finden. Die Lubyanka. Was? Das KGB-Hauptquartier? Warum hat sie Perseus nicht selbst da rausgeholt? Keine Ahnung. Vielleicht handelt er ohne Autorisierung. Ich sag edler Bescheid. Aber wir müssen das entweder richtig machen oder gar nicht. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020